Ahoi liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen wir haben auch im Malibu ein paar Gadgets und die stellen wir Ihnen vor nach unserem Intro. Wie wir ja gerade gesagt haben, Gadgets. Wir haben schon ein Gadget Video über unseren Bulli damals gemacht. Wir haben ein Gadget über den Pepper und es ist klar auch im Malibu haben wir Gadgets. Da werden euch welche... die kennen wir doch schon? Wahrscheinlich genau ein paar Bekannte aber auch ein paar Neuheiten. Genau die haben wir auf jeden Fall und wie gesagt wir fangen an mit Gadget Nummer 1. Das erste Gadget was wir euch jetzt vorstellen wollen ist ein Geschenk von Camperstation.de also Camperstation.de von der lieben Michael Ehler. Die hat uns die Wiper Socks geschenkt und zwar zu unserem Malibu. Herzlichen Dank dafür. Wir haben natürlich das Geschenk auch in dem Sinne genutzt, dass wir das auch mal austesten. Wir wussten gar nicht dass es so was gibt. Aber ich finde es eine coole Sache. Völlig überzeugt davon und wenn ihr Camperstation sucht, das ist auch Shuttle Pool. Es ist immer wichtig das zu sagen, dass die Shuttle Pool gehen wir haben die Michael Ehler. Aber www.camperstation.de und in der Infobox eingeblendet. Und was sind diese Wiper Socks? Ja das ist, ich lese es ab damit wir auch keine falschen Begriffe sagen, es ist eine Schutzhille für die Scheibenwischer und wie das funktioniert zeigt euch Stefan. Eigentlich eine recht easy Geschichte und vor allen Dingen eine richtig gut durchdachte Geschichte. Nämlich um die Dinger zum Beispiel auch im Winter zu schützen vor festfrieren auf der Scheibe. Viele klappen die ab und so weiter. Dann vereisen die Dinger doch noch alle und so weiter. Und diese Dinger, diese Socks, die sind im Endeffekt gar nicht, ja gar nicht so doof. Die werden einfach nur übergestülpt. Das Loch muss man natürlich treffen hier. Und dann heißt das einfach die mit Klett zu machen und dadurch, dass sie hier von der Scheibe abhängen, ist es sozusagen ein guter Schutz und man kann die Dinger wunderbar auch im Winter, so dass nichts mehr friert oder halt auch im Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung da so dolle drauf donnert oder so ist, sind die Dinger auch super geeignet. Wir haben die Socken eben noch mal richtig aufgezogen für die Scheibenwischer. Das war eben nicht ganz hundertprozentig, aber der Marcel, der blendet das jetzt noch mal mit dem Bild ein und so sieht das Ganze dann auch aus und so sind die komplett geschützt vor UV-Strahlung und natürlich auch im Winter für das Festfrieren oder bei Eisregen und so weiter. Ich finde, das ist ein cooles Gadget und wir haben das auf jeden Fall auf unserer Liste mit drauf und wir haben die Dinger immer dabei und ich packe die Dinger auch gerne mal in diese Socken einfach ein. Die Socken für den Scheibenwischer, ich finde den Namen so klasse, die kosten 24,90 Euro. Alle Produkte, die wir heute vorstellen, sind jetzt teilweise mal gesponsert, also geschenkt für uns zum Testen. Einen Test haben wir gemacht und wie gesagt geschenkt, dass wir den Malibu bekommen haben. Dafür nochmal herzlichen Dank, Michaela. Und ein Teil ist selbst bezahlt. Alle Produktlinks haben wir in unserer Infobox einfach mal reingepackt. Das heißt, da könnt ihr selber nochmal nachschauen und gucken, ob das was für euch ist. Aber wie gesagt, unsere Gadgets sind jetzt nicht das Ding, müsst ihr kaufen. Wir können immer nur das sagen, was wir gut finden. Steht ja auch in der Beschreibung drin, ist unsere persönliche Meinung. Das nochmal ganz nebenbei gesagt, bevor wir jetzt zu dem nächsten Gadget kommen. Damit das Wasserfüllen für euch auch easy wird, haben wir einen Wasserfülladapter, Wafa genannt. Auch natürlich von der lieben Michaela von Kemperstation.de. Im Endeffekt ist das eine super Sache, denn wir können hier unseren Gardener-Anschluss draufsetzen, können das Ganze befüllen. Und wenn das Ganze befüllt ist, irgendwann ist es ja voll, dann läuft der Rest aus diesem Ding ins raus. Somit wissen wir einmal natürlich, der Wassertank ist voll. Und das zweite Gute ist, dass wir den Fülladapter sozusagen aufstecken können. So baumelt der auch nicht sehr rum. Der Schlauch hängt hier nicht so rum. Manchmal ist viel Druck drauf. Dann haut der da wieder raus und so weiter. Das ist alles hier nicht mehr gegeben. Und von daher ist es eine super Sache. Das dient natürlich dieses Loch auch, um die Luft aus dem Wassertank natürlich rauszuholen. Und ich finde das ein mega gutes Gadget. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so gut, das sollte auch jeder haben. Denn besser befüllen kann man einfach nicht mehr. Diesen Wasserfülladapter haben wir in einer anderen Version, wie gesagt, beim Pepper. Hier für die Ducato und Kastenwang allgemein, gibt es den in diesem Bereich 17,90 Euro. Sportpreis eigentlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Eines der nächsten Gadgets, die wir euch vorstellen wollen, auf die wir nicht verzichten wollen, sind die magischen Haken. Wir mussten ehrlich erstmal suchen. Wo sind sie denn abgeblieben? Weil bei dem eigentlichen Anbieter sind die nicht mehr. Die haben nämlich den, wie nennt sich das Shopping-Sender, gewechselt. Aber wie gesagt, Verlinkung ist unten. Bei Amazon gibt es die zur Not auch. Aber wir kaufen gerne das Original. Und jetzt seht ihr schon, wir haben die gut im Einsatz. Sehr im Einsatz haben wir natürlich diese ganz kleine. Das ist richtig toll. Da kann Stefan das mal kurz zeigen. Die haben wir nämlich hier angebracht, um ein Seilchen zu spannen, um gegebenenfalls da unseren Vorhang, den wir aus dem Bulli noch haben, da einfach einzuhängen. Falls wir halt mal sagen, nee, der Vorhang soll einfach mal genutzt werden. Dann seht ihr, hier gibt es so einen doppelten Haken. Den haben wir im Bad, damit wir halt nochmal Handtücher aufhängen können. Die sind richtig stabil. Und da waren zwei richtig große dabei. Ich habe eine Jacke dabei. Die ist ganz hinten. Wir müssen aber gucken, ob Stefan da mitkommen kann. Da haben wir so zwei Stück waren mit dabei. Richtig toll, weil da können wir unsere Jacken hinhängen. Gerade meine Jacke, die so schwer ist. Stefan kriegt immer schon leicht einen Zusammenbruch, wenn er meine Jacke hochheben muss. Das Problem ist nicht, hängt wunderbar da. Was es leider nicht gibt, aktuell sind diese tollen Dinger. Davon haben wir aus dem alten noch welche gehabt. Da habe ich schon mal nachgefragt beim Shopping-Sender, ob die vielleicht wieder kommen. Ich hoffe es für euch, weil das sind richtig coole Sachen. Da kann man einen Zettel reinhängen oder wir haben sie vorne in der Windschutzscheibe. Da kann man die Parkticket reinhängen. Also wir finden sie toll. Preis können wir euch aktuell nicht sagen. Dann ist es je nachdem welches Set ihr kauft. Unterschiedlich. Schaut einfach mal nach. Link ist in der Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Wie gesagt, wenn nicht, muss er nicht. Für uns sind es auf jeden Fall super Gadgets. Die magischen Haken. Ich sitze in der Dinette und irgendwie an der Küche. Und ein Set, was wir auch bei unseren Bulli Sachen hatten, das waren diese Dosen. Es sind Frischhalte-Dosen. Wir nennen die ganze Zeit Marken. Es ist eine Lock & Lock. Davon haben wir jetzt tatsächlich zwei. Im Bulli hatten wir immer nur eine und eine kleinere Variante. Weil da haben wir nicht so platt. Jetzt haben wir natürlich zwei von diesen Dosen. Es ist wunderbar, weil wir kochen doch öfters ein bisschen mehr, als wir eigentlich brauchten. Und wir müssen sagen, früher haben wir teilweise weggeworfen. Weil brauchten wir nicht. Jetzt ab in die Lock & Lockdose. Ab in den Kühlschrank. Und wir haben am nächsten Tag auch noch mal Essen. Richtig toll. Wenn Stefan mal einen Salat schnippelt, ist das auch wunderbar. Da kann er hier nämlich den halben reinpacken und gut ist. Und was richtig cool ist, man muss dazu sagen, ihr seht hier zwei Packen. Wir haben hier insgesamt, das sind fünf Dosen. Und hier sind es entweder auch fünf, auf jeden Fall, oder mindestens vier Dosen. Ich muss auf der anderen Seite gucken. Eins, zwei, drei, vier, vier Dosen. Und ihr merkt es, was sind sie? Nestbar. Das heißt, wir haben hier ungefähr zehn Dosen, neun bis zehn Dosen da. Auf diesem Platz. Richtig cool. Für uns sind sie tolle Produkte. Wir möchten nicht verzichten darauf. Und ja, ist für uns einer unserer Lieblings-Gadgets. Deshalb sind sie immer wieder in unseren Videos mit dabei. Wir bleiben in der Küche und haben etwas ganz, ganz Neues. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Reisevlogs gesehen habt. Campingstadt in Schleswig-Holstein. Da habt ihr Stefan ein ganz super Tool dargestellt. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das ist das super Tool. Es sind nämlich fünf Gabeln. Gibt es überall zu kaufen. Aber nein. Spaß beiseite. Das haben wir genutzt, um Brötchen aufzubacken. Und da gibt es immer wieder solche sogenannten Grillroste. Das ist das einzigste Grillrost, was Stefan jemals haben wird. Damit er auch sagen kann, er hat was von Omnia. Weil die Omnia kriegt er erstmal nicht. Und der passt perfekt einfach hier in unsere Pfanne rein. So draufgelegt. Vier Brötchen ohne Probleme. In der Mitte kann man ein fünftes Brötchen packen. Das wird ein bisschen lapprig. Aber wir sind so zwei Brötchen. Dann gibt es nur noch Deckel drauf. Dann zehn Minuten, wenn es eine bestimmte Marke an Brötchen ist. Und schon werden die wirklich richtig gut. Und wie gesagt, sie können nicht anbrennen am Boden. Weil da ist die Hitze, die liegen ja nicht direkt drauf auf das Ding. Und deshalb ist dieser so scheinbar unscheinbare Grillrost einfach richtig schön. Wir freuen uns, dass wir den haben. Denn das heißt jetzt für uns hier im Malibu frische Brötchen auf einen Sonntag. Auch wenn der Bäcker zu ist. Kein Problem. Die neueren Fahrzeuge brauchen für den Diesel Tank. Also die müssen nicht nur Diesel tanken, sondern auch AdBlue tanken. Und ja, wir haben uns hier ein kleines Gadget. Nämlich so eine Förderpumpe organisiert. Hier kann man einmal natürlich AdBlue mit fördern. Man kann auch diverse andere Flüssigkeiten mit fördern. Das Schöne dabei ist, wenn das Ganze voll ist, dann hat man hier vorne einen Sensor. Und der erkennt automatisch, wenn voll. Und schaltet dann einfach ab. Ja, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und ja, Pumpe an. Und schon geht das los, die Förderung. Und es läuft alles dort rein. Da wo es hingehört, ganz ohne Tropfen, ohne Probleme. Ja, und wenn das Ding dann voll ist, dann schaltet der auch automatisch ab. Aber so lange müssen wir warten. Abgeschaltet hat er. Damit ist er voll. Dann heißt es einfach nur, dieses Ding hier wieder rausziehen. Wir können das Ganze hier wieder aufstecken. Und schon ist das Ganze erledigt. Ja. Und damit uns auch keiner AdBlue einmal natürlich irgendwelches komisches AdBlue da rein macht. Oder beziehungsweise irgendwelche Fremdflüssigkeiten. Haben wir hier so eine kleine Sicherung von Stil.de. Auch wieder Markennennung, na klar. Ja, die wird einfach nur aufgesetzt. Und dann kommt im Endeffekt hier der Dingens wieder drauf. Abgeschlossen. Und so kann auch niemand an den AdBlue-Tank ran. Also keiner kann hier Fremdflüssigkeiten rein machen oder was entnehmen. Aber ich glaube, das Schlimmere ist dann eher, dass da Fremdflüssigkeiten reinkommen. Und das wäre fatal für den Motor. So. Auf den letzten Strom-Akku-Minuten sind wir fast fertig geworden. Klar, ein Gadget, das ist aber wirklich, ist es ein Gadget, weiß man nicht. Das sind natürlich unsere Spiele. Damit wir immer bei schlechtem Wetter, weil das hatten wir ja jetzt in den letzten Wochen sehr viel, haben wir immer tolle Spiele. Ihr seht sie vom Dings her. Ob nun Skippo, Uno, Uno Flip und so weiter und so fort. Das bringt richtig Spaß. Das bringt Laune. Bei schlechten Tagen kann man die wunderbar hier im Malibu spielen. Wir würden am liebsten jetzt losfahren. Oh ja. Und würden wieder auf Achse sein. Das geht aber nicht, weil wir haben noch ein bisschen was noch anderes zu tun. Du hast vielleicht morgen ein bisschen noch Bastelarbeit vor dir, wo wir aber noch nicht verraten, um was es da geht. Das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen doch was sehr Interessantes. Gerade wenn man es mit dem Rücken hat und es geht um den Kofferraum. Mehr wollen wir nicht verraten. Das reicht dir auch. Wir haben zu viel. Das sind unsere Gadgets. Also einmal, wir haben sie hier. Unsere Wiper Socks. Dann entsprechend den Wasserfülladapter. Richtig coole Sache. Die entsprechenden, der Grillrost. Dann die magischen Haken, die hier überall hängen. Unsere Lock und Lock Dosen. Das sind so unsere Gadgets. Und der Fülladapter. Also das Fülladapter. Die Füllpumpe. Der ist aber nicht dabei. Das ist eine Sache, die wir, wenn wir vor Ort sind, wenn wir laden. Der Rest ist eigentlich immer mit dabei. Trotz allem, das sind unsere Gadgets. Damit haben wir Spaß. Kann man sagen. Ja. Und jetzt interessiert uns natürlich, was habt ihr so für Gadgets? Habt ihr tolle Ideen, was man in dem Malibu im Van unbedingt mitnehmen soll? Dann gerne rein in die Kommentare. Genau. Denn davon haben auch andere was. Also das heißt, wir sind ja eine Gemeinschaft. Und da sollten wir doch, denke ich mal, alle daran arbeiten, dass wir da ein bisschen weiter vorankommen. Und wir haben damit auch was. Weil vielleicht habt ihr noch tolle Tools, die wir unbedingt brauchen. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Und wie gesagt, kommentieren haben wir schon gesagt. Gerne rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bis dahin. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.